Wir sind wieder zurück im Tech-Lounge-Studio, Halle 2, Stand B60 bei Intel. Ihr könnt uns gar nicht verpassen. Im Hintergrund hört ihr gerade noch die Präsentation aus Hessen. Da ist nämlich der Stand vom Staat Hessen, vom Bundesstaat, nein, Bundesland. Ich weiß auch gerade nicht, in welcher Sphäre ich da unterwegs bin. Wir sind Gott sei Dank wieder zurück hier auf Erzebe 2015, dritter Tag ist es. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher so in unsere Start-up-Runde rein. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Christian Bogato hier ist. Der Christian Bogato ist der Geschäftsführer von KiwiKi. Das hat jetzt nichts mit Früchten zu tun, auch nichts mit neuseeländischen Vögeln, sondern mit einem ganz interessanten und wirklich smarten, ich nenne es mal smarten Kiwi, smarten Transponder. Christian, am besten stellst du es selber vor, weil du hast es letztendlich entwickelt. Wir sind drei Mitgründer, die die Idee dahinter hatte, die Claudia Nagel, meine Mitgründerin, die ist dreifache Mutter und stand dann mit einem Kind auf dem Arm und Tüten und Tasche und so, bepackt vor ihrer Haustür. Es hat geregnet, es war im November. Und da hat sich gedacht, kann das nicht sein, dass man irgendwie was Smartes entwickelt, was dieses Problem, das Schlüssel raussuchen und sie ihn rausholen und dieses ganze Nervige, was das ablöst in der heutigen smarten Welt. Und genau das machen wir mit Kiwi. Kiwi ist ein schlüsselloses Zugangssystem für, erst mal nur für Haustüren von Mehrfamilienhäusern. Sorry, ich habe KiwiKi gesagt. Punkt KI ist dann eure Domainendung. Das ist unsere Domainendung. Wo ist das denn? Das ist ein Indisch-Staat zwischen Hawaii und Australien, so ganz grob. Richtig, also die ganze, wo Tuvalo und so weiter ist. Das hat aber nichts mit unserem Standort zu tun, wir sind eine deutsche Firma, ganz seriös, alles made in Germany. Punkt KI ist sozusagen, wir nennen unseren Transponder, den zeigen wir sicher auch noch gleich, der heißt Ki. Okay. Für, aus dem Englischen, ja, wird ja das Ki noch etwas anders geschrieben, aber wir ändern das Konzept des Schlüssels so sehr, dass wir auch die Schreibweise ändern. Der wird jetzt nur noch KI geschrieben. Ja. Und wie in dem Wort Kiwi steht für Wireless Technology. Das heißt, ich kann auch meine Tür mit der App öffnen. Also entweder mit dem Ki oder mit der App. Und Kiwi.Ki ist sozusagen dann ein schönes Wortspiel, dass wir unseren eigenen Transponder eine Domain quasi gegeben haben. Man munkelt, ihr habt euch richtig was bei dem Namen gedacht. Das wolltest du eigentlich damit sagen. Genau, genau, richtig, ja. Und das Produkt heißt aber Kiwi. Ja. Also erzähl mal, du hast gerade schon das Szenario abgebildet. Ihr macht also einen Ki, mit dem ich Wireless, also kabellos, elektronisch meine Tür öffnen kann. Das kann ja, das habt ihr zum einen hier, wir zeigen das mal ganz kurz hier in die Kamera. Zum einen habt ihr das über so einen Transponder abgebildet. Das ist euer Ki. Ich sollte ihn vielleicht mal runter... Du musst ihn umdrehen, ja. Kannst du ihn ruhig runterwerfen, der ist sehr robust. Okay, jetzt könnt ihr es sehen. Genau, den gibt es in zehn verschiedenen Farben. Und den haben wir hier als Weltneuheit auf der CeBIT am Montag vorgestellt in unserer Pressekonferenz. Okay. Der ist nämlich extrem schick, ohne jetzt großes Eigenlob zu sagen. Ist im Grunde genommen ein entsprechender Schlüsselanhänger, ja, den ich da zeigen kann. Richtig. Das Lustige ist ja, den haben wir mit so viel Aufwand und so viel Liebe designt. Haben Star-Designer, die da dran mitgearbeitet haben. Und das Lustige ist, den steckt man in die Tasche und holt ihn eigentlich nie wieder raus. Okay. Das ist absurd eigentlich, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben. Weil Kiwi ist komplett, also das ist berührungslos, das ist hands-free. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also ich kann, also ich brauche ihn nicht rauszuholen, weil du hast gerade diese Bewegung gemacht, was man vom Auto kennt. Ja. Das gibt es nicht. Mit Kiwi hat man das in der Tasche und aus ein bis drei Meter Entfernung erkennt der mich automatisch und sicher natürlich und öffnet dann oder entriegelt die Tür. Was für eine Technologie setzt ihr da ein? Das ist Funk-Technologie, so wie man es beim Mobilfunk kennt oder auch das Wi-Fi daheim. Ja, also 2,4 Gigahertz von dem Transponder zum Sensor, der sich hinter dem Klingelpaneel in dem Mehrfamilienhaus befindet. Okay. Und dann ist noch eine Verbindung natürlich in unsere sichere Infrastruktur, damit ich mit meiner App von irgendwo auf der Welt meine Tür auch entriegeln kann. Okay. Das heißt, ihr baut aber nicht nur den Transponder, ihr entwickelt nicht nur die App, ihr müsst ja auch irgendwie an das Schloss ran. Richtig. Wir sind eine Hardwarefirma. Wir bauen alles selber. Wir bauen nicht das Schloss, sondern wir bauen die Elektrik, die dieses Schloss ansteuert. inklusive dann dem Transponder und dann natürlich auch der App dahinter. Das heißt, wenn man bei uns ins Büro kommt, dann hat man richtig Spaß. Da wird gelötet, da wird entwickelt, da kann man was anfassen, begreifen. Nicht nur irgendwie mental, sondern auch wirklich, man kann die Hardware anfassen. Das macht richtig Spaß. Euch kann man besuchen hier in der Halle 16, Code N. Code N am Stand 8 sind wir. Direkt neben der Bühne kann ich jedem ans Herz legen, das sich mal anzuschauen. Ihr habt das zum ersten Mal jetzt hier gezeigt, also den Transponder. Den Transponder haben wir jetzt am Montag um 16 Uhr hatten wir unsere Pressekonferenz zusammen mit DGWO. DGWO ist eigentlich eines der größten Wohnungsunternehmen der Welt. Die haben 75.000 Wohneinheiten und haben pünktlich auch zur CeBIT im aktuellen Spiegel einen schönen Artikel, dass sie jetzt in ihrem gesamten Bestand Kiwi ausrollen. Das ist für uns der absoluten Durchbruch. Vielen Dank. So wie die DGWO gibt es aber eine ganze Anzahl von weiteren großen Wohnungsunternehmen, die das bereits in Piloten testen und teilweise auch schon ausrollen, wo wir es aber noch nicht so verkünden dürfen. Darum sind wir sehr stolz jetzt, dass wir jetzt mit der DGWO einen Partner haben, der so innovativ ist und das auch für seine Mieter dann einführt. Wie lange gibt es euch schon? Wann ist euer Gründerin diese Idee gekommen? Die Idee kam ja schon 2007. Okay. Schon länger her. Und dann hat sie, sie war bei McKinsey, der Unternehmensberatung. Ja, und wir beide, die Klauda und ich, haben uns dann im November 2011 zum Abendessen getroffen, hat sie mir erzählt, sie hat so eine tolle Idee, ob ich nicht jemanden kenne, der Lust hätte, mit ihr das zu machen. Ja klar kenne ich jemanden. Mich. Und ich kam dann im Doppelpack, weil ein sehr guter Freund von mir und auch Investor in einer Firma von mir von vorher, der Peter Dietrich, den habe ich dann quasi nachts noch angerufen und habe gesagt, hey, that's it, das ist ein Riesending, das macht Spaß, da ändern wir wirklich was im Leben der Leute, weil diesen Komfort, das ist wirklich toll. Wir nennen das immer das Schlüsselerlebnis. Wenn man zum ersten Mal durch so eine Tür durchgeht oder der Schlüsselmoment, dann hat man so wie du, hat ein Lachen auf den Lippen, weil es einfach geil ist. Und noch dazu arbeiten wir mit der Post, mit der Müllabfuhr, mit diesen ganzen Service-Providern, die alle durch diese Tür durch müssen. Und dadurch können wir das so günstig anbieten, dass auch ein, sag ich mal, ein Mieter in der Wohnung sagt, okay, das mache ich. Weil so eine Systeme, so Smart Home, das ist ja immer teuer und auch schwierig zu bedienen. Und das steckt man sich in die Tasche fertig. Ich brauche die App gar nicht. Wenn ich die App haben will, kann ich mit der App rumspielen, kann Leute zeitlich begrenzt einladen. Ich kann alle diese interessanten Dinge machen, aber muss man da auch gar nicht. Christian, zum ersten Mal habt ihr, ich habe es schon mal mehrfach angesprochen, zum ersten Mal habt ihr den Key hier gezeigt, den Transponder. Wann kann ich mir den kaufen? Was brauche ich noch alles? Was für eine Infrastruktur, wenn ich jetzt als normaler Mieter, kann ich das überhaupt nutzen? Kann ich mir das Schloss bei mir einbauen, etc. Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich habe schon mal mit zu Hause alles auf RFID. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus? Ich wohne in Taiwan, wir haben relativ viel mit so RFID-Karten, wenn du in so Wohnkomplexen, da ist so Fronttest dabei und du gehst halt überall durch mit RFID-Karten und in den Fahrstuhl musst du mit RFID rein. Aber oben haben wir da lustigerweise, habe ich zumindest, ich bin nur einer der wenigen Parteien, weil das noch nicht renoviert wurde, noch einen alten Schlüssel, so einen ausziehbaren. Einen ausziehbaren Schlüssel? Hast du den gerade da? Ich zeige dir den gleich mal. Cool. Ich kann mir gleich mal vielleicht einen an meinen Rucksack geben, da habe ich den drin. Dann gucken wir uns den vielleicht auch mal an. Sehr cool. Der mit den weißen Schildern dran. Wenn du mit dem gleich mal rübergebst, dann zeige ich dir mal einen ausziehbaren Schlüssel. Ja, also die RFID-Karten, die gibt es natürlich schon lange, ja. In Asien und anderen Ländern auch oft im privaten Bereich, im Wohnungsbau. Aber in Deutschland ist es sozusagen sehr fokussiert auf Unternehmen, Bewerbe, die haben sowas. Aber ob ich jetzt einen Schlüssel, einen Teilschlüssel rauskrame und dann da schließe oder eine Karte und die irgendwo durchziehe, das ist ja relativ vom Aufwand gleich, vom Komfort. Natürlich, wenn ich die Karte verliere, kann ich sie sperren und sowas alles. Aber ich möchte eigentlich was haben, was wirklich berührungslos funktioniert. Wie beim Auto, Keyless Go. Und das kann Kiwi machen. Und die Integration mit der App und dann noch die Möglichkeit, das Ganze als Infrastruktur anzubieten, wo ich auch andere Dienstleister wie die Post oder die Müller-Pfell-Wahnsinn. Total cool. Das ist ja geil. So sieht der aus. Das ist also der Schlüssel, den ich für meine Wohnung nutze. Jetzt pass mal auf. Also das ist wie so eine Gabel am Buffet, wenn man in der zweiten Reihe steht und noch ein Stück vom Käse haben will. Da habt ihr den. Also das ist ein bisschen was anderes. Normalerweise gehört hier auch noch so ein kleiner Transponder zu. Den haben wir fürs Büro. Generell so in der Business-Umgebung ist sowas schon häufiger zu sehen. Fürs Büro habe ich noch einen. Und ansonsten nutze ich halt so eine kleine weiße RFID-Karte, wo ich überall mit rein kann. Und so ein bisschen Hotel-mäßig. Aber sehr spannend. Also wir haben nicht das Rad neu erfunden. Wir haben aber trotzdem so eine Art Rocket Science da drin, weil das Ganze muss ja extrem sicher sein. Und was wir ganz wichtig bei Kiwi nicht machen, ist irgendwelche Daten zu speichern, die mit Benutzung von Kiwi zu tun haben. Das heißt, und das ist wirklich was, wo wir auch ein Patent angemeldet haben, wo wir wirklich richtig intelligente Köpfe zusammengesteckt haben. Da war ich nicht dabei, sondern das waren wirklich kluge Köpfe, die Kiwi entwickelt haben. Kann man alles unter kiwi.ki.spatent nachlesen. Sicherheit und Datenschutz. Da seid ihr dann auch sehr transparent und erklärt, was dahinter steht und was ich generell auch nur begrüßen kann. Jeder kann gucken, kann überprüfen. Unsere Algorithmen, die sicherheits- oder datenschutzrelevant sind, kann sich die anschauen und uns auch kritisieren. Da sind wir absolut offen und freuen uns über jedes Feedback. Preislich liegt das in welcher Richtung? Diese schlimmen Fragen. Nee, das ist eine super Frage. Wenn ich Kiwi nutzen möchte als Privatperson in einem Haushalt, wo wir schon installiert haben, das war auch deine erste Frage, wie kannst du es überhaupt kriegen? Wir müssen natürlich erstmal den Hauseigentümer überzeugen, dass wir es einbauen dürfen. Wenn wir das eingebaut haben, das geht relativ einfach, weil die meisten Hauseigentümer sind total begeistert. Das macht ihr auch? Also ihr kommt vorbei? Ja, richtig. Mit unseren Partnern. Wir haben einen sehr guten Partner, Konrad Elektronik. Die haben den Club Meisterservice. Das ist unser deutschlandweiter Partner für Installationen. Damit können wir natürlich auch überall deutschlandweit skalieren, also überall einbauen. Die bauen dann das ein. Wir übernehmen komplett alle Kosten und dann, wer es nutzen will, zahlt uns monatlich Geld dafür. Okay. Als sozusagen Nutzungsgebühr. Drei Euro kostet es. Ja. Denken wir, das ist überschaubar. Natürlich ist es wieder so eine zusätzliche monatliche Belastung. Man kann das auch sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich zahle jetzt für zwei Jahre das Ganze und dann ist gut. Und nach zwei Jahren muss man halt schauen, ein Telefon kauft man sich auch nach zwei Jahren neu, ehrlich gesagt. Du wahrscheinlich noch öfter oder du kaufst sie wahrscheinlich gar nicht. Die kommen irgendwie so einfach. Ich habe meinen Telefonsack mit. Ganz schön. Da sind nur Telefone drin. Von der letzten Zeit. Das ist ja das Schöne, die kommen Gott sei Dank. Aber ich kaufe mir auch einige, immer wieder insbesondere die, die ich ganz gerne langfristig nutzen möchte. Ganz, ganz spannende Geschichte. Wir können da mehr drüber erfahren. Zum einen natürlich, wenn ihr noch Zeit und Lust habt. Es geht bis einschließlich Freitag. Kommt vorbei auf die CeBIT. Ihr werdet richtig Spaß dabei haben. Also dieses Jahr wirklich eine ganz, ganz tolle Messe, so wie sie aufgestellt ist. Und insbesondere das Code N, ich glaube zum vierten Mal jetzt auf der CeBIT mit der Halle 16. Große Halle, eine spannende Halle, eine ganze Menge interessanter Startups. Was ich besonders schön finde, ist, dass solche Lösungen aus Deutschland kommen. Also kommt vorbei, schaut euch da. Direkt neben der Bühne sitzt ihr. Stand Nummer 8. Der Stand Nummer 8? Die Stände sehen alle gleich aus. Alle im gleichen Design. Es sieht auch toll aus. Das ist wieder so dunkel. Es ist dunkel, ja. Ich darf ja hier nie raus. Dunkel in der Halle und die haben so ein schönes Grün. Da haben wir sie drum gebeten, weil unsere Farbe ist ja auch grün. Und dann haben die halt das Design. Habt ihr gewonnen, ne? Ja, nein, Spaß natürlich. Reiner Zufall. Aber gefällt uns natürlich. Ansonsten kiwi.ke. Schaut euch das an. Was es da Interessantes gibt. Dir vielen, vielen Dank und viel, viel Glück und nochmal eine tolle Erfolgsstory. Schön, dass das so geklappt hat und schön, dass ihr auch hier auf der Code N seid. Habt ihr da gepitcht auf der Code N? Ja, mehrmals. Jetzt dreimal schon. Da gibt es aber auch, man kann doch auch gewinnen und so weiter. Heute Abend ist dann die Zeremonie sozusagen. Wenn wir Glück haben, dann gewinnen wir. Lief gut bisher? Da sind super Startups dabei und klar, wir haben ein tolles Geschäftsmodell. Aber unser Geschäftsmodell ist es nicht, Preise zu gewinnen, sondern wir wollen die Herzen unserer Kunden gewinnen und wir wollen Häuser ausstatten eigentlich. Und wenn wir heute Abend gewinnen, freue ich mich riesig. Ganz, ganz guter Punkt. Alleine deswegen haben sie schon verdient, den Preis zu gewinnen, weil das hört man ganz, ganz selten. Das war kiwi.ke.ke. Bekommt ihr alle Informationen. Wir machen jetzt ein kleines Bäuschen und dann schauen wir uns an, was Nicole auf dem Stand von Digitalstrom gemacht hat. Denn ratet mal, wer danach hier ist. Gerhard Vesper von Digitalstrom, der Geschäftsführer, auch ein langjähriger Unterstützer hier von der Tech-Lounge. Und wir reden, ratet mal, über Smart Grids, über Smart Home und was für eine großartige Brücke, die wir jetzt hier schlagen. Gerade vom smarten Key rüber zum Smart Home, passt wunderbar zusammen. Vielleicht sollten die beiden mal eben gleich noch kurz ein paar Kärtchen austauschen. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank.